Jo Leute Willkommen zu einer weiteren Aufnahme Hero Zero ist immer noch der selbe Tag äh ja wir sind hier wieder mal mit dabei ich hab grad ne Quest abgeschlossen ist ja wie gesagt der selbe Tag das heißt ich bin nicht so weit gekommen ähm Heldentaten ähm 10 von 10 Duellen verloren uh Leute kriegen wir was ne Waffe dann noch ein Gegenstand dann Energie brauche ich eindeutig dann um Energie brauche ich dann Gegenstand und Trainingseinheiten yeah nice Trainingseinheiten zeig mal her okay ähm so was habe ich denn hier äh Gadget plus 17 Konditionen plus 2 äh minus 11 das könnte mir halten ne so dann geile Schuhe minus 19 Konditionen da für mehr Kraft und übel Kondition übel 1440 ach du heilige schaden und schaden und schaden und schaden und schaden und ist die macht 65 m 73 Konditionen leute 14 Schaden mehr das ist das ist das ist eigentlich richtig geil älter okay so und du wollten wir nicht verhalten und plus 32 Konditionen ne doch ne verhalten wir nicht second hand da muss ich leider ach was bringst du mir neu zu verteilen das könnte nützlich sein schleudern schleudern achte heilige 18 Konditionen Krebs ah alle 18 schon kann ich schleudern ja 18 Konditionen plus 19 Krebs minus dies minus das no verkaufen verkaufen und ich verkauf dich auch mal so sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus benutze die Waschmaschine ja wieder Energie ich habe jetzt mal genug welchem so ein Schadmann 30 ich würde sagen die da sollte sich am meisten lohnen 9 Minuten leute 9 Minuten so in der Zeit in der Zeit machen wir was machen wir denn mal gucken wir uns mal ähm Duell und Liga an äh und zwar in der Liga habe ich schon gesehen irgendwo das sind irgendwie 8 die Stufe daneben Stufe 78 Leute 78 ja ich glaube weil das Teil halt noch nicht so wirklich ähm neu ist äh weil es neu ist ja so aber wenn ich den bewegen würde würde ich fast nichts willkommen her so zeig mal her 864 Intuition mehr und da hm wir pushen unseren Helden noch ein bisschen und zwar ich würde sagen äh da wird's voll wenig nicht das war jetzt Schaden ich muss mal ein bisschen Schaden hoch ja aha reicht mir eigentlich erstmal und jetzt noch ein bisschen Leben hä hat mir nicht hat mir nicht irgendwie Hartkopf hä wir hatten doch gerade irgendwie eine Sache die uns voll viel Leben gegeben hat oder oder habe ich die weggetan ah ich habe meine Schuhe geändert ah ja ich habe ja noch andere Dinge geändert stimmt, stimmt, stimmt tadaaa ooooh 2020 äh vermute mal nicht dass die äh die meisten Leute in meinem Level ähm über 200 Intuition haben wer war richtig nice ey es hat aber da oh da haben wir auf jeden Fall alle viel viel mehr so was kriege ich denn hier äh benutzt die Waschmischung ah ne stimmt ja stimmt stimmt ja ganz viele Münzen ähm jetzt habe ich mich entscheiden so wo will ich denn hin will ich ähm mehr Damage mehr leben oder mehr Intuition Leute Intuition oder oder mhm eigentlich für Krebs mhm hmmm tadaaa tadaaa ach 298 das ist hammer aber nur genial mal sag mal her du hast 2017 ooooh da sieht es ja viel viel geiler aus und da sieht es eigentlich 123 und 135 so wie ich denn 9 Liga Punkte 70 Münzen 10 Liga Punkte 66 Münzen ich bin auf Liga Punkte aus hm hm da ist ja richtig so weihnachtlich ausgerüstet alter so oder ooooh der macht ähh ach so ähh ähh sollte ich das vielleicht auch für die eine Sache kurz reintun reintun mhm ja doch kommen für den Typen tue ich das mal kurz rein ah ich hab's gegner wechseln aber ich will eigentlich nicht greifen wir an wow wow hö bin ich im falschen Film ah weilige hä war ich doch aus hä Leute ich bin voll ah 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 sonst hätte ich schon gedacht so hey Leute was soll denn das da stimmt ja was nicht also war ja richtig knapp 55 mhm naja so Duell mal schauen mal schauen weil einfach wir haben einfach so viel Intuition Leute das ist ja immer nur Hammer aber hoch geboostet die haben aber auch so viel Krebs die Leute die haben so viel Krebs ähm ähm wenn ich dich angreifen hm 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 ja hm hm ein krank hm 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 Prozent und Kühlten spiel ich auch mit dem ganzen Zeug ja anziehen so die nächsten werden auf jeden Fall verlieren hier ich bekomme einiges gekonnt du heilige Hilfe was hat denn der viel mehr 8a Krips okay wir werden ab sofort alles in Krips stecken also alles Kripppunkte meine eigene Ehre alter dass sie so hoch ist ey das ehrt mich nein so meine Missionen nach zwei Minuten irgendwas na hm was machen wir denn jetzt so da waren wir schon da waren wir könnten wo wir könnten unsere Intuition eigentlich da könnte ich meine Kraft hoch pushen mal ich könnte was geht denn das so richtig geil tue jetzt so noch push warte wie viel what hm ja das ist aber richtig geil alter Leute so mal gucken ähm du bist eigentlich voll schlecht wir brauchen keine Kraft mehr wir haben genug Kraft hm deshalb ähm warte was was machst du damit kann das aussehen verändern hm öde hellblau öde hellblaues Cape hm das würde ich echt gerne verändern das sieht so hässig aus hm 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 wie ist ein Gadget hier das Cape würde ich ändern dann schnittmuster schnittmuster achso wie soll es in Zukunft aussehen ich denke ich alles so irgendwie doof aus schländische Fahne weißes Badetuch ich akzeptiere so ein weißes Badetuch Leute umnähen also nice so benutze die Nähmaschinen drei Fähigkeitspunkte oh sieht doch ganz gut aus wir sind die hier hält alles in Grips hab ich gesagt so 93 Grips hm hm doch irgendwie alles so teuer ist ja echt schlimm ist ja echt schlimm Maske anzeigen ja mit Maske Juelle kann ich grad nicht machen da kann ich grad auch nichts machen es dauert eine ganze Stunde Leute also pfff ah das ist fast fertig ich hab schau mal ob du aufnommst richtig läuft ja die läuft richtig ja passt so ich hab vor in Zukunft ähm vielleicht doch irgendwelche Handyspiele zu let's playen oder zu zocken ähm wenn ihr der Meinung seid dass ich es tun sollte oder einen Vorschlag für ein Handy Game habt jetzt so äh nicht irgendwie ähm gewesen ist äh irgend so ein Spiel wo man einfach nur Crossy Road wo man nur über die Straße muss es ist bringt jetzt blöd wie nichts äh da hätte ich schon gern irgendwie was anderes nur damit ihr es wisst also ähm ich nehm gerne Vorschläge an alter auf hundertundzig ok wo ist Lucy wir machen da mal weiter Jeep ist Stufe 16 wir kriegen dann äh Kraft wofür braucht man Kraft Leute also wir sind schon der Typ Doom ey weilige ach äh äh mhm komm schon ja hm 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 3 9 220 45,2 und 34,1 265 anwesend gerade irgendwie ich weiß nicht es wird halt unseren grip so richtig senken und dann naja eigentlich das würde nur unseren grip hauptsächlich senken aber da wird er sowieso dann irgendwie hinskillen werden ja doch komm ich akzeptiere es ja weil das senkt unsere intuition jetzt nicht so oder 30,1 34,1 senkt unsere intuition jetzt nicht so wirklich übermäßig so das nächste immer auch auf timer auf dem timer auf drei mal immer sie sind ist ein wasser wollen wir geringer reichweite schlussetzehn er ist ja nicht ein bisschen ein geschächster fütter gab es ja auch irgendwie sowas ähnliches 50 konditionen plus plus 9 krebs minus 14 schaden und minus 3 17 intuition und bietest du so ein schrotter an angriff 22 nicht schlecht verdammt 338 ach so da geht die ganz kritik machen alter aber das hätte one hit sein können es wird halt 220 2020 40,4 und 30,1 11 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 12 du hast nicht so kommt ich verkaufen und ich verkaufe ich auch singen so kreppel wer ist richtig gemacht ich weiß es gar nicht egal kommen wird schon passen nun Sondereinsätze waren wir den nächsten irgendwie also es gibt es gibt mir nicht eigentlich nicht hier was bietest du mir äh minus 15 konditionen plus 15 krebs minus 15 kraft das ist irgendwie so Zeug das wird irgendwie kein mensch sehen na komm versuch mal höh la alter ok was was 175 ich muss mir ich muss meinen krebs vorschneid es geht so nicht weiter leute es geht so nicht weiter es geht so echt nicht weiter training kann ich noch einiges ich kann ja sogar meinen krebs trainieren bringen wird es ist mir egal was ich trainiere wagenheber geist ja das wird ich dann sogar gleich machen die mal die quest an ich könnte die eigentlichen für die feldbedienung ich könnte sogar noch mit euch machen im fernsehen läuft ein quiz was ist kein weihnachtsgebäck vanille gibt perl oder b motoröl das weißt du doch schreibschlein sms irgendwas zu gewinnen ja das kann man doch dann irgendwie muss man auch irgendwas bestimmtes erreichen und so weiter was ist egal was ich hab was so ist wenn jetzt optisch immer ich glaube ich mache mein eigenes team weil ich spende was und trotzdem irgendwie wird es da verwendet wo es nicht verwendet werden soll wenn ich wüsste mich rausgehen könnte das wäre übel ein kann so team ja doch kommen so ein Team gründlich könnte es mein eigenes und zwar die Nini in die auch Namen Leute ein Lieblings und Takos wir kämpfen für Arma aus dann unser Leben so ach das geht gar nicht hier nicht mannen mann hier war es nicht verkaufen ich habe ja alles nur um es es gibt er will nicht wenn ich jetzt nur auf Intuition gehen das ist übertrieben ey einmal nur übertrieben es gibt es doch gar nicht äh es gibt mir minus Kraft ach so Kraftkrebs Intuition Kraft gibt was wo ich das überhaupt euch nicht ähm Intuition boah ich kenne damit meine Intuition voll hoch pushen ey dann wäre ich der King of Doom das ist 53 ach du heilige irgendwie äh ich bin meine Sätze irgendwas habe ich falsch gemacht glaub ich hab irgendwas verkauft was ich nicht verkaufen sollte ich hab echt das Gefühl ey das gibt's auch gar nicht weißt du was wir könnten uns ein Video anschauen Werbungsvideo wer das ungefähr äh das waren ungefähr 10 Minuten das würden 5 Minuten vergehen dann müssen wir noch 2 Minuten was warten oder wir benutzen Batterien ich mach gar nichts ach noch 4 Tage und 7 Stunden und dann haben wir der Weihnachtsmann geholfen Heldensinn für eine Stunde mhm ja Leute das war's auf jeden Fall mit diesem Part ich hoffe euch hat dieser Part gefallen wenn ihr mehr davon sehen wollt schreibt es in die Kommentare ähm und ich hoffe mal ja wir sehen uns auch bei einem anderen Projekt wieder nicht nur bei diesem hier und ich würde auch mal sagen ciao Leute bis denen